Pippi, was sagst du? Mit diesem Seismic Shock kannst du die Red Eye K.O. schlagen. Und erwähnte ich bereits, dass du die Earthwalker-Soldaten sprechen solltest? Sie haben etwas in den hohen Bäumen versteckt. Let's play schon wieder, Tricky. Sie haben was in den hohen Bäumen versteckt. Ach ja. Wat ne Sucherei. Was habt ihr denn in den Bäumen versteckt? Ich will nur das Tor da unten aufkriegen. Ah, hier geht's ganz runter. Da ist noch ein Tor. Da komme ich ja nicht hin. Cloud Runner. Hm. Da komme ich nicht hin. Vielleicht gehe ich einfach mal auf den Tempel drauf. Vielleicht sehe ich da auch etwas mehr. Mal sehen. Und wenn nicht, vielleicht kann... Das geht dann natürlich nicht mehr, ne? Das war ja klar. Andere Seite vielleicht. Joa. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hallo. Hallo. Warte mal. Mist. Hm. Wir können die Tröte nicht benutzen. Vielleicht erst, wenn wir ganz oben sind. Wir können die Tröte nicht benutzen. Ich habe mich nicht benutzt. Okay. Wir können die Tröte nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung. Absolut nicht. Das können wir auch nicht spielen. Hm. Okay, dann halt wieder runter. Setzen wir halt den ersten Zahn schon mal ein. Autsch. Und fragen vielleicht dann doch noch mal den Earthwalker-König. Nein, hier war das nicht. Hier war das. So. Guten Tag. Der Goldzahn muss wohl hier rein, schätze ich. Jupp. Der geht schon mal hoch. So, Daddy. Das weiß ich doch schon. Ich weiß auch, wo dieser Zahn ist. Nur weiß ich nicht, wie ich rankomme. Hm. Guck mal. Da kann ich was ausgraben. Beziehungsweise Tricky, der gerade wieder etwas geisteskrank geworden ist. So, such mal. Hey. Was hast du da? Wir haben keinen Platz für sowas, Tricky. Okay. Vielleicht finde ich hier im Wasser etwas. Ja, außer das, wo wir gerade schon waren. Ah, der Schalter dafür oder sowas ähnliches kann doch nicht so weit weg sein. Das glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Gehen wir hier vielleicht nochmal gucken? Ah. Hallo. Gefunden. Und es leuchtet nur eine rote Fackel auf? Ist das dein Ernst? Are you serious? Okay. Gibt es hier noch mehr solcher Bäume? So, auf der Seite war nichts. Ach ja. Das ist was hier. Ich sag's euch. So, die Flamme ist angegangen, die eine. Sag nicht, ich muss vier solcher Bäume abknallen. Da habe ich noch mal richtig hinstellen. Nochmal richtig hinstellen. Nicht so hoch. So. Die nächste Flamme. Jetzt muss ich alle Bäume abklappern. Ach ja. Der hier hinten vielleicht auch noch. Das wäre doch schön. Sieht aber nicht so aus. Obwohl, wir haben hier ja einen extra Vorsprung. Na schade. Schade, 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 schade. Zum Glück geht das nicht auf Zeit. So. Welcher Baum will noch? Du vielleicht? Da sehe ich nichts. Hier auch nicht. Da komme ich auch gar nicht rüber. Das wäre ja schwachsinnig. Oder käme ich darüber? Vielleicht die über die Steine springen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Oder auch nicht. Der kann ja nicht mal da raufklettern. So, jetzt würde ich gerne wieder... Okay. Dann eben nicht. Nein, nein, nein. Muss ich halt noch mal hier lang gehen. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Stopp. Der Baum hat nichts. Ja, ja. Bäh. Kamerasteuerung. Nein, 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 nein. Ich würde gerne wieder hoch. Hm. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Hier können wir wieder hoch. Endlich. So, wir waren in dem Gebiet am Baum. Hier aber noch nicht. Du bist doch direkt hinter mir. So. Gucken. Yep. Na? Ein bisschen nach rechts, bitte. Nur ein bisschen, habe ich gesagt. ein Bäumchen noch. Ein Bäumchen noch. Wo mag dieser sein? Der schon mal nicht. Andere Seite. Nope. Du vielleicht. Wäre zu schön gewesen. Dann der Baum aber. Ja. Super. Und zack. Damit wären es vier Flammen. Und ein Kreis. Ah. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß es aber sowas von. Wir müssen am Anfang des Flusses und dann müssen wir den Fluss entlang schwimmen und durch die Ringe kommen. Durch alle. Es werden wahrscheinlich mehrere sein. So wie ich mir das gerade denke. Wo ist nochmal der Anfang des Flusses? Hier nicht. Sondern da, wo der O-Ring ist, oder? Nein, nicht O-Ring. O-Ring. Okay, da ist der Kreis. Das kann was werden. Da, da, da. Alles klar. Fox McCloud. Nur einer? Ist das... Ah, okay. Es sind doch mehrere. Alles klar. Zwölf Sekunden. Willst du mich verarschen? Ach so. Pro-Ring gibt's Sekunden drauf. Alles klar. So, lauf! Schwimmen geht, glaube ich, schneller wegen der Strömung, ne? Okay. So, da ist der... Uh, nächster Ring. Super. Roll dich. So. Schwimm, Fuchs. Schwimm. Und bitte in den Ring rein. Dankeschön. Da hinten ist der Nächste. Das schaffen wir. Das schaffen wir doch. So, ich... Ja. Vier. Drei. Zwei. Hell yeah! Wir sind drin. Und hier wird wohl ein Silberzahn drin sein, oder ist das auch ein Goldzahn? Da, 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 da. Ein Aufstand. La, 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 la. Ein Red-Eye Silberzahn. Yeah. So, jetzt können wir endlich in den Tempel rein. Also so richtig rein. Und dann... Schauen wir mal, was uns da erwartet. So. Irgendwo ist der Eingang. Man muss wieder überall drum herum laufen. Dieses Spiel mag lange Wege. Kann schon mal den Zahn rausholen. Da ist er. So, alles klar. Silberzahn. Wunderbar. Ach du meine Güte, ist das dunkel. Aber hier mache ich jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!